Hi, ich bin Leroy Sané. Wir schauen uns meine Tor- und Vorlagen an in der Champions-League-Gruppenphase. Perfekter langer Ball von Ju. Ich habe den Raum gesehen, die Spieler, Vorderverteidiger stand sehr, sehr hoch. Dann gibt es natürlich Räume hinter denen und den Raum habe ich natürlich einfach genutzt und hat dem Ju einfach eine Option gegeben. Ob er mich dann natürlich manchmal sieht, ist natürlich auch nicht immer einfach. Und er sieht aber sehr oft diese Räume. Sané, überragend mitgenommen und noch viel besser abgeschlossen. Sehr, sehr schöner Assist. Habe ich gut mit runtergeholt. War ein bisschen glücklich, dass ich den dann dann mehr oder weniger zurück zu meiner Brust gespielt habe. So konnte ich ja weiter im Lauf bleiben. Ich wollte den Ball rüberspielen eigentlich. Auf Sadio. Ich wollte, dass er das Tor macht. Das war eigentlich auch mein Gedanke, dass ich Sadio dort gesehen habe. Deswegen habe ich den Ball auch rüber gespielt. Deswegen passt das schon, dass das dann auch selbst zu Ende ist ein Eigentum, weil er dann auch nur ein Assist war. Neos war super gespielt. Ich meine, Neon sieht mich super im Raum. Und King steht dann auch super im Raum und versteht eigentlich sofort, was ich eigentlich auch im Kopf habe. Sein Part war genauso wichtig wie mein Part, weil wenn ich ihn nicht hätte, dann hätte ich danach nochmal in den Zweikampf gehen müssen. Und so war es natürlich alles. Ein Tick einfacher, auch schwerer zu verteidigen für die Verteidiger. Und ich denke, im Endeffekt sieht sowas auch immer viel, viel schöner aus. Grusiala, Sané, ist das sein Durchbruch, Leroy Sané! Schöner Assist von Bambi. Einfach da rübergelegt. Ich glaube, wie man sieht, ich mag es eigentlich. Ich schaue immer, wo ist der Raum, wie kann ich meinen Mitspielern helfen. Da bin ich mit Bambi mitgelaufen, um zu schauen, wie verhält er sich, was passiert generell in den Räumen. Und ich denke, da hat es eigentlich ganz gut gepasst, dass wir da beide zusammen irgendwie losgelaufen sind und bei mir den Ball dann nur noch irgendwie zu mir rüberspielen musste. Und ja, im Endeffekt habe ich ein bisschen Glück gehabt mit meinem starken Rechten, dass ich den dann noch ein bisschen über den Fuß gechippt habe, dass er dann da noch reingegangen ist. Eine super Stimmung im Stadion an dem Spieltag. Da hatte ich ein bisschen Glück, auch auf meiner Seite, dass ich ausgerutscht bin. Ein bisschen. Aber zum Glück nicht allzu viel, dass ich immer noch den Ball treffen konnte. Dadurch war es auch, glaube ich, ein Tick schwerer für den Torwart, ein bisschen einzubrechen, in welche Ecke ich gehen will. Im Großen und Ganzen war ein schönes Tor, ein gutes Zusammenspiel mit Bambi. Ich war happy darüber, dass ich dann am Ende doch noch das Tor getroffen habe. Sané, wunderbar angenommen und abgeschlossen. War auch eigentlich relativ einfach für mich, glaube ich, dass Sadio den Ball eigentlich perfekt in den Fuß gespielt hat. Oder auch in den Lauf. Hat super gesehen, dass ich in den Raum gelaufen bin. Dann hatte ich eigentlich quasi nur noch den Torwart vor mir. Das war jetzt auch nochmal ein ziemlich geiler Touch. Das muss man schon sagen. Ne, na klar, den Ball habe ich zum Glück gut runtergeholt. War halt dann natürlich perfekt, dass ich dann natürlich mit dem nächsten Schritt fast eigentlich dann abschließen konnte. Dadurch war es dann auch natürlich schwieriger für den Verteidiger ranzukommen. Die Bayern immer einen Schritt schneller als Pilsen, auch jetzt schon wieder. Dann stecken sie den Ball durch, da ist die nächste Chance. Da ist das nächste Tor, da ist wieder Leon Goretzka. Da war ich schon fast tot, weil ich fast nicht mehr wusste, okay, wo kann ich hinspielen. Ich meine, na klar, King kam kurz, aber ich habe gemerkt, na klar, das Spielfeld wird immer enger. Leon hat den Raum super auch gesehen und hat den super Laufweg gemacht. Und ich glaube, im Großen und Ganzen war es ein sehr, sehr schönes Tor. Vor allem, wie er dann am Ende auch abschließt, dass er den Ball einfach nur noch drüberchippt über den Torwart. Schönes Tor.